So Leute, jetzt ist es mal Zeit, dass ihr meinen Trainer kennenlernt. Das ist ein ganz besonderer Charakter, aber das werdet ihr gleich selber sehen. Eva wird uns dabei helfen, heute ein bisschen zu filmen, also viel Spaß beim Gucken. Da ist der Schleifer! Moin! Ja, wie sieht's aus? Ja sicher. Hallo! Machen wir aus den Knochen hier, ne? Was hast du mal gemacht? Ich gehört gestern. Ne, oder machen wir Warde und Trizeps. Warde und Trizeps. Warde mit einem Spezialprogramm. Das kannst du ja alles, schnallst du ja noch zurecht, alles wie und was. Ja, ja, ja. So, Herr Schleifer, geht los oder was? Brennt wie Feuer, gut. Wenn jemand ein sagt, mach so gut. Ja. Die Leute müssen ja jetzt hier nicht unsere alten Paletten sehen, die hier rumstehen und die alten Drahtesel. Deswegen wäre es ganz geil, wenn wir das irgendwie so hinkriegen. Ja. Ja. Guck mal, wenn du jetzt so, hab ich gedacht, dann hast du praktisch die Regel drauf und hast uns drauf. Und dann kurz die Tasche nach vorne. Ich glaub, du solltest das beruflich machen, du. Ja. Ja, siehst du, da sind Talente. Das ist Multitalent. Aber dann lass uns hier nochmal deine Tasche runterräumen. Warum? Ja, nicht, dass wir noch Schleichwerbung machen. Wieso, da ist doch noch nichts drauf. Guck doch, hier. Chiemsee. Ja. Guck doch gleich an. Ja, wirklich, du. Ja, lass das doch drauf. Lass doch alles was essen. Du willst das jetzt alles so ordentlich machen. Ey, wir haben Corona-Zeit. Desinfektion. Da haben wir auch alles. Das Gym hier ist Corona-frei. Wenn alles zu perfekt ist, so gestellt und zu perfekt, dann ist das irgendwie alles, ja, weißt du, ne? Ja, soll ja kein Hollywood-Film werden. Ne, eben. Doch, hau die Tasche da wieder raus. Ja, ich dachte. Obwohl, wer weiß, ne? Ja, der Hollywood-Film wird noch gedreht. Du seh'n dich schon, wenn der Speech da am Strand rumhüpfen wird. Der Fan-Kurbelow. Ja sicher, Arnold ruft ja gerne. Die Verfolgenden. Ja. Arnold bringt die Getränke. Ich glaub, der würde sich auch mal wieder freuen, auf so alten Schnellgeräten hier trainieren zu dürfen. Die alten Dinger bringen nix. Das macht die Vorder jeden Tag. Richtig weit nach oben, bis es blitzt, ne? Ja. Blitzt schon. Da machen wir schon mal einen Arzt. Das ist ja echt ganz geil, ne? Das ist ja ganz geil, ne? Ja. Das ist ja eine Lieblingsfarbe, ne? Ja, eben. Wir sind schon seit klein auf, ne? Ja. Na ja, wutsch wieder. Wir versuchen so'n bisschen hintenrum herzulaufen. Oder? Ist auch kein Problem, wenn man drauf ist. Guck den Mädels auf dem Video. Da sind wir gut. Nee. Ja. Sonst vergesst man die Strecke. Ja. Bei den Betrügern hier. Zwei. Ui. 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 Gut, ne? Ja. Ja. Bevor es los geht, ne? Ja. Das wär schon. Hahaha. Es gibt bestimmt auch im Knast ein gutes Gym, ne? Ja. Also nicht, du. Schön hoch dritten. Ach. Komm, Power. Hoch, hoch, hoch. Schön. Oh. Oh. Da fliegt ja alles auseinander, ey. Hast du doch Kleingeld ohne. Ja. Ja. Das war so, ne? Das war genau an der Straße. Ja. Ein bisschen Gitarre gespielt. Oh ja. Ja. Ja, genau. Das wär doch mal ein Video wert. Also mach alles weg, du. Das werden wir verhungern, glaub ich. Du hast auch ne engelsgleiche Stimme, das weiß ich. Ja, das glaub ich. Das sieht grad so aus, als würdest du die Bank besteigen. Ja. Brauchen wir noch eine, oder was? Ja. Wie den Nachwuchs oder was? Das ist ein Gerät. Da sind wir ganz schön. Stolz drauf. Das ist uralt, schnell, vom Allerfeinsten. Spitzname, die Folterbank. Genau. Die Mega-Wade. Ja. Die vom Platz wird flass werden. Ne, die ist echt stark. Das ist so. Die alten Rutschmühlen, die dann kommt rein. Hoch, hoch. Boah, da scheint die Sonne nicht mehr, ey. Oh, es kommt. Ja, man wird dir nicht helfen. Hoch das Ding. Hoch die Flossen. Spare dir die Loft zum Drücken. Na, weil du das nicht kannst. Ich kann besser tanzen, als die alle zusammen. Hier, der Walzer. Du, ich dachte auch, da kommt Frieda Stee um die Ecke, du. Da war noch Quark im Schaufenster. Probe mich mal das. Da gab es doch gar keine Fenster. Das waren die Anfänge, ne? Die Anfänge vom Paartanz, oder was? Ja, auch. Endtanzfeder hat man früher gesagt. Kennst du nicht? Endtanz, den kannst du aber auch. Endtanz, den kannst du auch. Endtanz, den kannst du auch. Endtanz, den kannst du auch. Nee, den kannst du auch. Ja, den kannst du auch. Da bin ich gut drin. Das heißt, wenn ich so hochkletter. Äh, kannst du gerne machen. Und wie fährt es? Bitte nicht runterfallen. Das fällt auch nie runter. Bin ich so gut versichert. Ja, so fängt es schon an, ne? Genau. Bin ich gut versichert. Ups! Versuch mal, die Fußfliegen hinten nach vorne. Muss mal probieren. Was hast du für eine Schuhgröße eigentlich? Ich hab 43. Hast du auch 43? Ja, glaub ich. Oh, da kannst du mir mal eine geile Treter von dir geben. Hast du noch welche aus? Wollt ihr welche rein, oder was? Hab ich doch, du. Blechschuhe und eine Sartenghose. Darf ich gleich mal trainieren gehen? Ja, mach ich los. Wahnsinn, bald Digga wie der Kopf, du. Aber wenn ich da oben so halte. Hoch, 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 ja. Dann tut das immer so weh, als würde mir jemand da was reintätowieren oben an der Spitze. Ja, ja. Müssen wir ja mal gucken, nicht, dass du da was hast. Immer. Du tätowierst mir hier mal einen rein, ne? Gruß Ralle. Aber das sind dann auch die Dinger, die völlig verkehrt trainieren. Und dann immer, oh, meine Wade kommt nicht. Weißt du? Ja. Die Disco-Figur da, ne? Oben rum und unten nix, ne? Und dann, oh, ich muss noch Wade machen. Setzen sich hin, zwei, drei Sätze und dann siehst du schon wieder am Auto sitzen. Ja. Das ist witzig, ja. So wird das nix, ne? Ich will jetzt auch keine großen Töne spucken. Ich hab auch noch meine kleinen Pommes-Pieker. Na ja, Rudor, du bist ja ein junger Mann im Aufbau, da ist ja Hoffnung. Das ist ja Land in Sicht, ne? Guck mal, letztes Mal wo wir gemacht hast du ja auch gleich guten Zentimeter mehr zugelegt, ne? Und du hast noch eine Top 20 Teat. Du hast noch nicht viel fett. Frio, Frio, Mutter, Frio. Du hast hier ein Schiro. Man sieht schon aufruhen, ne? Was? guess weißt du, das Licht schon? Gut, ja, wenn du das machst, vergleich aufruhen. Schöner Satz! Guten Morgen! Bist wach? So ein Zapfenstreich oder was? Ja, wie spiel haben wir das jetzt? Das ist ne gute Frage. Zwei Stunden. Ja, das stimmt. Wie Zeit verfliegt, wie man Spaß hat, ne? Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Ich ruf schon mal das Altersheim an, du kannst schon mal den Bus losschicken, ne?